Kein guter Start in die Spielzeit, den Auftakt haben sie schon mal verloren. Umso wichtiger, Wolf, dass sie sich heute fangen und die ersten Punkte holen, sonst könnte es eine schwierige Saison werden. Der Schiedsrichter ist übrigens Alvaro Martín Granero. Der Schiedsrichter pfeift dieses Spiel an. Das könnte gefährlich werden, er ist frei, jetzt kommt der Schuss, ein fantastischer Treffer. Der erste Schuss gleich drin, Auftrag nach Maß. Da haben sie stark kombiniert und dann macht er das Tor natürlich auch ganz abgeklärt. Da hat er nicht mit dem Vollspann durch... Wird's jetzt gefährlich. Da holt er den Ball zurück. Über die Torauslinie, Ecke. Taka. Aus dem Eckball ist... Er schießt. Klasse gemacht. Starke Block. Das muss es sein. Der Ball zappelt im Netz. Sie sind zurück in diesem Spiel. Gefühlvoll schießt er den Ball hier ins Tor. Ja, Wolf, mit der Innenseite ganz überlegt gemacht. Klasse. Er sieht zwar nicht so ab. Da zieht er ab. Super Einsatz vom Torhüter. Eckball geht's. Da ist das Tor. Damit liegen sie vorne. dieses tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen sehr gut den kopf an den ball nach dieser ecke gebracht keine abwehrmöglichkeit 21 hier ist noch alles das ist ein faul und der schiedsrichter pfeift das auch jetzt gibt es die gelbe karte vertretbar denke ich ein spannendes spiel bis zum schluss tut sich hier noch was er köpft den ball gute aktion hier vom torwart sein team darf weiter auf ein unentschieden hoffen er absolut wäre das ding drin gewesen hätten sie die partie abschreiben können das war schon tor nummer drei der ist richtig gut drauf